Hallo Freunde, heute mal auf Deutsch. Mein Name ist Dustin Ripkins und ich bringe euch Tanz-Dich-Fit. 15 Minuten, super fun, tanzen, einfach mal bewegen, einfach mitmachen. Du brauchst gar nichts, außer natürlich deine Schuhe, ein bisschen Platz und somit lass uns loslegen. Wir gehen einmal auf den Platz, tief an und ausatmen und gut, einmal ein Lächeln aufs Gesicht. Wenn ihr eine Tracker-Watch habt, könnt ihr die Uhr gerne einstellen und sonst, wie gesagt, einfach mal mitmachen. Wenn irgendwas zu kompliziert ist, einfach Two-Step machen, wie hier gerade oder euren eigenen Schritt. Wenn ihr könnt, einmal hochpanschen. Sehr gut, Bauch fest und einfach mal Spaß haben. Wir werden viele Wiederholungen haben und von daher sollte das eigentlich, glaube ich, schon gehen. Wenn euch das Workout auf Deutsch Spaß macht, einfach mal einen Kommentar unten lassen und Grapevine. Genau, einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und gut. Los geht's, ein bisschen mehr. Sehr schön. Vier noch. Zwei noch. Das ist nur das Warm-Up. Wir tapen nach hinten, einmal Schritt nach hinten. Arme gehen auch, ziehen nach hinten. Sehr gut. Kurzes Warm-Up. Dann haben wir fünf Lieder. Und Arme gehen hoch. Einmal Fersen zum Popo. Sehr gut. Bauch feste. Wie schon gesagt, wenn irgendwas zu viel ist, einfach eine Stufe runterschrauben. Leichter machen. Vielleicht den Sprung rausnehmen. Sehr gut. Schön durch den Rücken ziehen. Im Ganzen ist nicht nur Arme und Beine, sondern auch der mittlere Bereich. Und einmal auf den Platz gehen. Nochmal Luft holen. Und von hier Arme kreisen. Von vorne nach hinten. Vorne. Zurück. Vor. Zurück. Zwei noch. Einmal noch. Und hinten. Vorne. Hinten. Vorne. Ja. Bauch feste. Einmal einen kleinen Twist. Sehr gut. Das nächste Lied wird ein bisschen mehr groovy. Ein bisschen mehr Hip-Hop mäßig. Genau. Einmal ausschlackern. Bauch fest. Gut. Wir werden auch mal auf den Beat warten. Wir gehen zweimal raus. Wir gehen raus. Rein. Raus. Rein. Und tief. Tief. Und hoch. Wenn das zu viel ist, einfach ein bisschen weiter oben bleiben. Falls ihr mehr wollt. Schön durch die Arme ziehen. Schön die Knie beugen. Tief. Tief. Hey. Tief. Tief. Yes. Yes. Sehr gut. Wir gehen viermal nach vorne. Und dann Jumping. Ein Rope Jump zurück. Guck mal hier. Einfach mal Seilchen springen. Kleiner. Kleines Run. Ich will immer Englisch-Deutsch reden. Kleiner. Kleines Run. Ne? Ein bisschen Rennen zurück. Als ob ihr so das Seilchen springt. Vor. 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 Schön große Arme. Und vor. Vor. Wenn ihr nicht Platz habt, einfache Seite zur Seite gehen. Jetzt fallen wir tief in die Beine. Wir gehen Whip. Whip. Jetzt Punchen. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Sehr gut. Guck mal. Ich habe eben gesagt, Tanzen ist nicht nur Arme und Beine. Sondern auch der ganze Oberkörper. Gerne auch mal ein bisschen den Po dazunehmen. Los geht's. Yes. Von vorne. Beine zusammen. Zweimal raus. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Sehr schön. Ey. Wo ist euer Lächeln? Tief. Tief. Zwei noch. Einmal noch. Wir gehen vor. Vier mal. Vier. Drei. Und springt das Salzchen. Sehr gut. Und. Richtig die Arme über den Kopf ziehen. Hoch. 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 Und Sprung. 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 Sehr schön. Yes. Komm tief. Whip. Tief. Tief. Und nach oben. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Los geht's. Letztes Mal. Und einfach mal ausgehen. Sehr schön. Falls ihr einen Schluck Wasser braucht, schnell einen Schluck Wasser nehmen. Dann gehen wir direkt in den nächsten Song. Der nächste Song ist ein bisschen ruhiger. Einmal Luft holen. Wir sliden. Rechts. Links. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Wenn ihr gucken wollt, einmal kurz gucken. Slide. Slide. 1, 2, 3. Und. 1, 2. Los. Mitmachen. Los geht's. 1, 1, 2. Knie gehen hoch. Komm und richtig hoch zum Brustkorb ziehen. Yes. Hey. Fühlt den Bauch. Der spannt sich an. 2 Mal noch. Jetzt fallen wir tief. 4 Mal. 4 Mal. 3 Mal. 2 Mal. Andere Seite. Als ob ihr Wasser aus dem Brunnen holen wollt. Und. Popo tief. Damit ihr nicht den Brustkorb senken müsst. Ja. Come on. Weiter. Ja. Die Beine merken es. Richtig. Deshalb tanz dich fit. Wir kriegen heute unseren Cardio in. noch einmal. Popo tief. Brustkorb raus. Slide. Einmal. Einmal. Dreimal. 1, 2, 3. Sehr schön. Und. 3, 2, 1. Zusammen. Bauch fest. Knie gehen hoch. Single, single, double. 1, 1, 2. 2, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 3. Der Puls geht hoch. Sehr gut. Wir gehen tief. 4 Mal. Hol das Wasser. 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 Yes. Und switch. Sehr schön. Come on. Tief, 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 tief. Und switch. Bauch fest. Schön macht das. Hey. Back. Wir gehen zurück zum Slide. Oder auch nicht. Das Lied ist vorbei. Sehr schön. 3 Lieder haben wir noch. Ich hoffe, ihr schwitzt schon so ein bisschen. Sehr gut. Mit dem Warm-up und den 2 Liedern sind wir schon halb durch. 15 Minuten gehen relativ schnell vorbei. Wir gehen zur Seite. Arme. Zur Brustkorb. Zur Hüfte. Brustkorb. Hüfte. Brustkorb. Hüfte. Aber jetzt mit Schmackes, oder? Ihr könnt gern mit dem Tempo bleiben. Oder doppeltes Tempo. Los geht's. Ne. Die Arme gehen doppeltes Tempo. Nicht die Beine. Ich habe mich vertan. Hey. Ich wollte es gerade ausprobieren. Ich so, ne. Ist zu schnell. Jetzt. Wir gehen am Platz. Gucken wir mal an meine Arme. Raus. Nach hinten. Raus. Nach hinten. Das ist ein Whacking-Step. Stellt euch vor. In der Whacking-Kultur. Stellt man sich manchmal vor. Man hat Löffel in der Hand. Zur Seite Löffel. Und dann nach hinten. An die Schulterblätter. Nach hinten. Zack. Zack. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ich bin zwar Tänzer. Whacking ist aber auch nicht meine Spezialität. So habe ich es aber mal gelernt. Und hoffe, es stimmt. Wenn nicht, bitte im Kommentar unten korrigieren. Jetzt gehen wir aber ein bisschen mehr in die Disco-Richtung. Wir gehen Disco, Disco und viermal nach hinten. Disco, Disco. Viermal nach hinten. Und. Yes. Come on. Starke Arme. Viermal nach hinten. Von vorne. Wir gehen Brustkorb, Hüfte. Brustkorb, Hüfte. Einfach nur ein Two-Step. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn irgendwas zu viel ist, einfach ein Two-Step. Ihr könnt die Arme ruhig weglassen, falls es zu viel ist. Wenn ihr sagt, dass ihr nicht mehr will, Brustkorb. Brustkorb raus. 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 Außerdem hoch, tief, hoch, tief. Andere Levels. Wir gehen wieder. Arme, Löffel. Raus. Nach hinten. Raus. Nach hinten. Schön. So geht's. Super. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Einen noch. Und einfach mal ausgehen. Arme ausschlackern. Zwei Lieder haben wir noch. Bleibt da noch dran ein bisschen. Zwei Lieder haben wir noch. So. Drei Pulls, zwei Jumps. Ich weiß gar nicht mehr, wo es der Schritt war. Mal gucken. Okay. Bauch fest. Ach, ich weiß wieder. Manchmal braucht es ein bisschen. Wir gehen eins, zwei, drei. Jump, jump. Eins, zwei, drei. Jump, jump. So geht's. Jetzt's Mitschmack ist richtig da reinlegen. Und reinlegen. Falls der Sprung zu viel ist, einfach nur einen kleinen Bounce, Bounce. Und wenn ihr mehr wollt, richtig springen. Guck mal, jetzt gehen wir. Eins, zwei, drei, vier. Tap, tap. Eins, zwei, drei, vier. Tap, tap. Tap, tap. Nach vorne rein. Zur Seite, tap. Sehr schön. Bauch ist fest. Und. Yes. Arme schön und stark. Wir gehen in ein Attitude Sweep. Beine ausdrehen. Sweep. Gut. Bauch fest. Einmal stark kontraktieren. Sehr gut. Wir gehen in drei, zwei, eins. Bounce, bounce. Bounce, bounce. Come on. Los geht's. Danach haben wir nur noch ein Lead. Noch zwei. Wir rennen wieder nach vorne mit unseren Taps zur Seite. Sehr gut. Mega. Und. Sweep. 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 Bauch fest. So, es ist richtig. Okay. Sehr okay, Leute. Sehr schön. Einen haben wir noch. Okay. Wir gehen tief. Fängt langsam an. Eins, eins, zwei. Knie gehen rein. Bauch fest. Schön tief. Beine weit auseinander. Arme raus. Schultern zurück. Los geht's. Wir gehen eins, eins, zwei. Wir gehen eins, eins, zwei. Schön tief. Je tiefer ihr geht, desto schwieriger wird's. Desto mehr kurbeln wir die Fettverbrennung an. Und tief. 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 Wie eben schon gesagt, wenn euch das Workout Spaß macht, gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Gerne mal Thumbs up. Und auch gerne den Channel einmal den Subscribe-Button drücken. Wir gehen eins, zwei. Einmal drehen. Eins, zwei. Einmal ein kleiner Hop-Tempo. Ich weiß, es ist ein bisschen schnell. Wenn es zu viel ist, einfach hierbleiben. Sonst gerne auch mitmachen. Zweimal rechts, zweimal links. Eins, zwei. Wechseln. Eins, zwei. Eins. Offen. Und schließen. Einmal langsam noch. Ein bisschen schneller. Und. Sehr schön. Richtig. Auf und zu. Auf und zu. Ja, sehr schön. Ich habe euch viele Wiederholungen versprochen. Wir gehen wieder. Eins, zwei. Mit der Drehung. Sehr gut. Letzte Minute. Nochmal Vollgas geben. Weitermachen. Bis zum Ende. Eins, eins, zwei. Knie. Eins. Eins, zwei. Eins. Das ist der letzte Schritt für heute. Und. Letztes Mal. Und einfach mal gehen. Und. Und. Sehr schön. Wie gesagt, heute mal auf Deutsch. Ich habe ganz viele englischsprachige Workouts. Aber auch viele, da sage ich überhaupt nichts. Da könnt ihr einfach mitmachen. Auch wenn ihr kein Englisch versteht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Dustin. Das war Tanz sich fit. Wie schon gesagt, hier ist ein anderes Workout. Gerne mal Subscribe drücken. Gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich habe mich gefreut. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.